Versuch mit SSG nicht, um mich gar nicht aufm Kopf zu ziehen Ich treff zwar immer ganz gut, aber wenn es ein Headshot ist, dann ist es einfach der Lachs Rufgold, 2, Silber, 4... Schwierig Was habt du in Gold, 2 unterwegs bist du glücklich hier Bald nicht mehr Luke, Agency, Cash und MyRidge Okay Nein, ich hatte noch gar... Nein, das war das letzte, was ich gespielt habe Sag du zwei Maps, dann sag ich zwei Maps Ich sag Mirage und... Äh, fuck Und Workout Uff, ja okay Dann nehmen wir Nuke Agency Ja okay, oh mein Gott Ich kann Train zur Zeit nicht mehr sehen nach gestern, das war... Ne Ich glaube, ich habe mein Achievement noch gar nicht auf Train angepasst Zwei Matches hintereinander, einfach nur eine Katastrophe Fand ich nicht so... Habe ich nicht so gesehen Habe ich nicht so gesehen Ich weiß, ob ich da jetzt nicht draufkomme Okay Wer fab denn da wieder? Willst du nicht annehmen? Willst du nicht? Ehre, Mann Bist du der Fan von Jürgen? Ehre! Was haben wir für ne Map? Garage Hm? Annehmen, Erwinner Nein Du bewertest Ah, warte, nicht annehmen Oh mein Gott Sie hat mich gerade... Sie hat mich gerade eingeladen Wer hat dich eingeladen? Der, oder? Achso, ist so ne Gruppe dazu, oder was? In Rain, äh in CSGO Oh ja, das liegt gerade so ein Der hat schlupft zerbisch an, ufff Hahahaha Jetzt schreibt er mir safe unehren, Mann Aber das... Irgendwie ist das unehren, ne? Oh, immer wenn ich mit anderen Leuten zocke, ne? Ich bin schon keine Ahnung, Minecraft oder 2-Volt Dann kommt er rein, will mit mir CSGO spielen Und wenn ich nicht mit ihm spiele, Vielleicht wird's mich werden NN-30er Oh, das ist eigentlich das für den kleinen Nein Ich hoffe, mich zu mocken, ne? M249 regelt Oh, ok, ich suck Na, mein Moral ist noch da Das reicht durch meine neuen Skins, oder? Ich bin natürlich ziemlich besser mit Skins Na, sagtest du demjenigen, wie ich ne? Kompletten Step-Track-Agementer Und zwei Knives Und noch mal zwei Knives Für einen Casual-Agementer Und, äh, was? Ah, in der Aufwärm-Part Kann man durch die Molotovs, Alter Raids, oder? In die Familie gerade Ob die irgendwann mal Savi-Ner-Knives rausbringen Wenn ja... Uff! Voll teuer für mich Haha Eri-Gener 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 Au! Da hab ich kurz getennt, schade Eri-Gener Eri-Gener Auch meine, will ihn nicht mehr Na ja genau Eri-Gener Aber die PS hat doch so ordentlich scheiße Was? Was ist jetzt der Klock meine Meinung nach? Hm, ja? Joah Der Punkt ist, ich spiel meine Waffen und bin ja auch fair, weil ich keine Step-Track-Kills farben will, die mir nicht zurückgeben Okay Hey Hi guys Hi guys Die reden nicht mit uns, weil's wahrscheinlich alles Russen sind Jaja, halt auf jeden Fall Ja, maybe Komrad, willst du etwas Wasser? Es ist ein Waffen-Shot Ja, es ist ein Waffen-Shot Ja, es ist ein Waffen-Shot Und der ist die Pallers? WTF Ein-Shot, ein-Shot, ja Und der ist ein Waffen-Shot Boah, ungeheil, das ist ein Waffen-Shot Und der ist ein Waffen-Shot Und der ist ein Waffen-Shot Und der ist ein Waffen-Shot Ärzt Woah, zwei Schuss, jahre O-OH.O.O.O.O.O.O.O.O Schade Sneaky little b Unfa War halt voll War halt Fahne That was He goes off long range shorthand Der Typ sitzt einfach on-spot und in der Ecke und wartet darauf, dass irgendwer an die Probein wird. End again. Wind out two guys. Und hier ist HFG. Und hier ist A on-spot. Und hier ist der Typ. Oh, okay. Ich habe mal kurz durchgestraubt. Schwierig. Ah, das ist blöd. Ich hätte ja beide klatschen können. Hm, das ist schwierig mit der SG. Nein, mit der SG ist okay. Ich kann alles damit essen. Gleil. In der Entfernung ist es echt schwierig, beide zu wohnen. In dem Moment. Bye, bye. Ich schaffe alles. Ich hätte alles geschafft, hätte ich die SG auch gucken. Machen! Der ist wieder mit Hilfsmash. Warum geht es eigentlich nie einer rein? Und der ist shot. Ich hab zwei, ich hab schon einen kill gemacht, äh zwei. Von meinen ersten zwei kills. Die können ruhig mal wieder weg kommen. Also. Was für zwei, glaub ich nicht was. Als ob der jetzt allein auf Bar ist, die haben es auch. Ja, die gehen sowieso mal mit. Oh Gott, als ob der mir jetzt Apartment wegsmacht. Oh mein Gott, sorry. Ungeißes Palace. Alter, wie geil war das denn gerade? Niemand wusste, dass der Typ das das E-Würflinger hat und sich das geloot wie der weiß ist. Leute! Sorry. One in apps. Just one. Meinst du, er ist schon los? Mann. Ich hab sogar zurückgekommen in die Richtung. Deploying Flashbine. Oh, doch nicht. Oh, nein. Oh, nein, Leute. Oh, nein, Leute. Was ist das? Nein! Verdammt. Du hast mich gesehen. Und 300 Dollar zu wenig. Für das. Ich muss am Ende den Kontroll zu ändern. Oh nein, Schläge. Oh nein. Oh nein. Throwing smoke. Oh, ich werde dich nicht gekickt. Throwing fire. Lecker. Green kickballs. Ja. Bäh. Smoke. Throwing fire. Blatt. utth examinee. Down. Grenade Wir haben einen Knack-Biener Ich habe einen Knack-Biener Ich habe einen Knack-Biener Ich habe einen Knack-Biener Nein, Ninja Er kann zu B sein, er ist anders gelaufen, vielleicht. Mehr BP. BP. Oh, er ist mit dem Projekt. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Nice. Warte, warte, warte. Oh, kommt ein Mac-10, Junge. Viel besser als der Waffe. Wenn du P250 willst, da liegt einer. Ich dachte, ich bin P250. Ich habe schon eine, ja. Natürlich, ich dachte, ich bin 20000. So, ich dachte, ich bin 20000. Let's show them who we are. Grenade out. Leading down smoke. Leading down smoke. Incendiary out. Leading, was auch alle? Bombe, Bombe. Aber wie chillig der da sitzt, oder? Ehre. Grenade aus. Deploying Flashbang. Half HP. Was haben da noch einen T-Spawn? T-Base, T-Base. Was? Ich krieg nichts zu tun. 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 Das ist cool. Ich krieg nichts zu tun. Ich hoffe es. Ein Mann hat Ramp. WTF? Ich kriege nichts zu tun. Ich krieg nichts zu tun. Ich kriege nichts zu tun. Der Bombe war B, Mann. Ah, scheiße. Als ob ihr durchpusht... Ich weiß nicht... Check einfach... Ja, nee, ne? Hab ich gehört Was? Nee, der ist super Das ist zu heiz Das ist ja mega angehört Nein, ich wusste, dass der unter mir ist Das Problem ist, ich hab gedacht Der wäre viel früher oben Maaang Den Sound drauf Danke 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 Slash A Smog Smog W- 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 Renn euch auch mit der Hoster drüben? Oh, er ist bin blind Er ist safe Das hat aber auch ein Schütz Meinst du nicht? Was? Dauert ein schönes Papier, dude Mein Leben Was? Oh ja, was? Er hat die schöne Blood Tiger total verrunzt Was findest du? Die Waffe! Mit dem ganzen Aufklebern, Alter Du weißt natürlich, du willst rush beat Let's rush beat Okay Aber rush beat hat er gewonnen Ramp Grenider Smokin なar Doses Relativ Geht Empower Jawab 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 Wom! Das ist mein Ex vielleicht Ich fand die Arve nicht so lustig, weggesprayt zu werden, Alter Ich kann die Arve nicht leiden, überhaupt nicht Ich spiel alles lieber, aber keine Arve Dass ich den Typen hier in Pettis weggezogen habe Ich bin dank auch gut darin, dass er sich auf Brombe befindet Fand der jetzt auch nicht lustig Was? 30 Sekunden, easy Die kommen auf den Mitte-Push nicht klar So ganz und nicht Ich bin auf den Weg Ich bin auf den Weg Ich bin auf den Weg NEIN! Ich habe einen Getshot. Fliegel Palace. Der Rampen ist B. Wie kann man ihn sehen? WTF? 1 A Planting. Da habe ich es noch. Wurmgott in der FN, Steven Meister. Weil die muss nicht mal FN sehen, die kann auch abgenutzt sein. Hä? Wum gehts? Die Wurmgott, also Wurmgott. Geh weg! Die FN sieht ganz gut aus. Ich schiebe ganz gut aus. Von allen Sobs kannst du jetzt. Das haben wir richtig was. Der alt gefällt daran ist, dass sie gut auszusehen nicht mal FN sein muss. Ja. Aber dafür ist die Skann an sich scheiße. Ja gut. Was? Kann sie versuchen, dass sie mal B oder was? Was? Es ist... B.A. K.A. K.A.? Ah Ah Okay, one guy is still here and bomb is here Unit, you should have to sweep Rolo Alter, wie viel Kohle wir haben Ey M249 spot incoming Aber mit richtig Hass Scheiße Oder die Automower Die gute alte Viagant ist auch eine Mauer Also wenn da jemand in RAM steht, hat er jetzt vorne und hinten Feuer Schwierig Das ist schwierig Du sitzt jetzt rechts in der Ecke und kannst nichts tun gegen dein Schiff Schicksal Letzter ist im Palace Letzter ist Palace? Ja Befeilt mit Kannst denn schon zurückfahren zu einer eine? Hat這個是 Sandwichs? Hehehehe Vor allem der hat vorher schon von mir einen kassiert mit der AOG, als er mir einen Molly entgegenschmeißen wollte. Fand er auch nicht so lustig. Let's go, FaZe Clan. Laying down smoke. It's Anjury out. Grenade out. One bomb. Fass me. Entbomst me. Fass. Als ob der über B durchgestiegen ist. Der dachte sich auch so schön durchsneaken, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Ich drehe mich um. Fuck my life. Nicht ihn nicht so, sieht er mich auch nicht. So ungefähr. Ah, jetzt ist der gar nicht hier auf die AWP geklatscht, ne? What for chicken butt, jungen. Auto, Sniper und Palace. Ist jetzt nicht unbedingt die geilste Kombi. Wir sind nur die Zonen, die Gleiche. Wie ist Kroner? Wie ist Kroner? In Sanjury out. Grenade out. Throwing in die Grenade. Ramp, Ramp. Gaff, ich bin. Wow. Fass. Ja. Ja. Mit ist tot. In Sanjury. Ja, 2B. Das mit der Autor lief gerade irgendwie scheiße. Ähm, last round? Right. To your right. Up. 2B. 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 Oh. Nice try, though. Ah, so. Easy. Letzten zwei Spiele liefen zu gut für mich. Spiel mal deine P2000. Schwer P2000. Ah nee, scheiße, das ist ja fucking CT, Alter. Genau, safe life. Was ich dir aber geben kann, ist DIN. Alles copy. Ah, ehre. Ehre. Oh, wie ekelhaft high ist das. Das war der Crimson Web, ne? Ja. Heißt, Urpurnes Netz. Ja. Das ist nicht mal Purpur, Alter. Äh, das weiß ich noch nicht mal. Ist Purpur nicht so ein Lila? Und Crimson ist doch rot. Ja, Crimson ist ein Begriff genauso wie Purpur. Ähm. Das ist eine Beschreibung, etwas wie eine Farbe ist quasi. Und ja, es ist die Idee. Nein, das ist ja zwei. Geht. Ein bisschen rumwickeln. Funktioniert. Irgendwie. Ich hab dich auf ihn geankt, ne? Hast du gesehen? Nee, leider nicht. Ich hab voll daneben gezielt, aber weil ich reizt wie gar nicht. Und ich drückte auf ihn einen Schritt. Auf Ehre. Mit Haars da drauf. Ja, geil. Super rasch, ey. Was? Moment, jetzt sind wir Amerikaner, jetzt gehen wir nach A. Eigentlich warum meine SG benutzt, wenn ich auch meine Gefäuhrer benutzen kann. Stimmt. Hahahaha. 4-4. 2-2 Pods. 2-2. Einer wurde noch nicht mehr übernommen, aber jetzt. Warte mal fragen, wie lange braucht es hier, um ihn zu töten? Wenn er schon draufkommt. Als ob ich unter der Spitze bin! Okay, ich muss YOLO spielen. Ich muss das Game jetzt throwen, sonst krieg ich mehr Kills mehr. Nein! Fuck you! Ich glaube, kannst du es nicht mehr tun? Wir haben zwei Pods und wir... Vorsprung. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. Als ob du expectest, dass ich hier bin. 2-3. Verpiss dich! Was hältst du davon? Na, wo sind die anderen beiden? 2-3. 2-3. 3-3. 2-3. 2-3. 2-3. 3-3. 2-3. 3-3. Ah, das habe ich gesagt. Das wusste ich natürlich, dass ich das C4 habe. Das war ja geil. Bitte gut mit mir. Mit Haas. Erstmal lockieren. Ich weiß, ob hier nichts sind mitunterwegs. Das ist klar. Anderfellers. Ah, okay. Nein. Ere. Ja, planten diesmal. Auf Punkte. Ach, Mano! Ich hätte es vielleicht auch bekommen können. Ja, dann hätte ich. Platz zu langsam. Drei und lieber ohne zu sterben. Bitch. Immerhin nicht untersteck. Aber ich muss noch mehr Kills machen. Also noch mehr Jodo. Ich mag das voll einfach F und L die ganze Zeit zu drücken in den Revolvers, die ganze Zeit. Ja. Ja. Let's go! Victory, O.A.S. Destroy your flashback! Was hast du denn? Es ist schön, dass ich in Mitte flasht. Wunderbar! Wunderbar! Still not! Still not! You're worst! Ah, ich müsste jetzt zu viel mitnehmen. Ich kann mal nur am hochblenden. Ah! Was heißt am hochblenden, Alter? Ja, ich will ja nichts sagen. Können wir den Typen über den anderen drei Kills mehr? Ein Assist? Oh, boah, ja, gut, das kommt eigentlich wieder. Ja, er hat trotzdem ein bisschen geplant. So zwei, drei mal mehr, meinst du? Ja, facken nur bei WP's, Alter. Ja, die haben WP's drüben, die haben ja keine Punkte. Oh doch. Jede. Jede. Brüder, wo seid ihr? Hallo? Hallo? Ah, fack jetzt. 87 HP. Und hier auf den Start? Nein, jetzt bin ich ganz unten. Immer noch nicht. Ich hab mich hochgeblendet. Wuh. 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 Jetzt bin ich unten. Nein! Nein! Ich will nicht das unterste End sein. No! Ehrig, genau. Fuck it! Ich glaub ich aber auch nicht. Nee! Easy! Das ist ein Bissi Damit ist Mirage raus Weiter gehts Boah, das sind so drei scheiß Maps, ne? Ich weiß nicht, warum ich Wolcott genommen habe Damit wir Geisel haben Ich mein Schlimmer als Assault kanns nicht sein Assault wäre das, wo diese fucking Box da einfach war, ne? Ja, dieser fette Hangar, wo du drin Bisse T von Anfang an hast du gewonnen, fähr dich aus Das ist einfach noch so fucking OP die Map, man Also so tier-side, man Mhm, du musst einfach nur wissen, wo du nicht stehen darfst Weil sonst können die CTs nicht durch die Wand holen Das ist auch so ne Sache, die Scheiße ist an der Map Das ist auch so ne Sache, die Scheiße ist an der Map Also mit einer Autosniper und einer Deagle kannst du auf Assault gefühlt durch alle Wände ballern Wenn du richtig Bock hast Wenn du richtig Bock hast Wenn einfach der Wend durch den fucking ganzen Raum geht Ich könnte einfach die ganze Runde einfach reinsprayen Irgendwann hast du hier Mhm Und wenn du aus dem Wend raus bist Bist du an einer Position Wo man dich von überall sehen kann Du stehst da so extrem offen Ist auch direkt weg Falls du doch nicht gewallbanken wirst Im Endeffekt brauchst du nur vier Leute Einer hält den Wend sauber Zwei Leute gehen hinten zu den Türen Und einer hält vorne das Rolltower sauber Fertig aus Und du musst einfach nur nicht Von oben sichtbar sein Von den Fenstern oben Richtig Oder möglichst auch nicht an den Wenden vorne stehen Richtung CT spawnen Weil da können sie einfach durchballern Und dann machen sie auch das Wenn sie dann genug Geld irgendwie geschäffelt haben Autosniper und dann mal durchhalten Mh Tat schon mal ganz gut weh Ahja Wie ist das Matchfolge gesponsert von Not Sponsored Not Sponsored Alles klar Easy win Oh Gott Oh Gott das war gestern Abend schlimm ey Da hatte ich hier ne Truppe drin Wow Die haben alle so getan als wären sie nicht Deutsche Wir hatten einen einzigen Ausländer Der war Ukrainer Ausländer Deck für Ausländer Ja? Ja der einzige nicht Deutsche Ja ja ich weiß Nur deutschsprachige Ja ja Und die haben A auf Russen getan Der andere hat einen auf Ranzacken getan Der komplette Random Ich habe mich einfach ausgehalten aus dem Thema Ja 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 Und ich weiß gerade warum ich Discord nicht leiden kann aber auch mit Team Discord ist eklig pinglastig Ja 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 Ich weiß nicht also wenn Wenn du auf Discord bist und du plötzlich einen 150er Ping in Counter Strike hast Auf Teamsteak aber nur einen 60er I don't know if That's supposed to be like that Junge Ja Fuck die Aave weg jetzt Da ist ja schlimm mit mir Gejuoked Arschloch So Aufheben Hi guys Hi Marroi Hi Haa Hör Ich denke einen Rush-Vend Ich meine Rush-Vend geht einfach immer noch aber äh Es gibt nur noch einen Wind. Ich weiß nicht, dass du mir einen Schaden hast. Aktivieren die Bombe. Die Bombe hat sich geplant. Um, Green, wo sind wir? Diffusen, vielleicht? Diffusen! Oh man! Ah, nice try. Zugegeben, er hat was gemacht, was die am wenigsten erwartet hätten. Einfach, rauf gerannt. SMG rush, okay. Okay. Na dann. If you say so. Wir haben sowieso mehr Geld als die Tis, ne? Äh, als die Tis. Hm. Hm. Doch, wenn man plantet, das ist ein mega. Oh, der ist krass. Alter, ob ich mit der MP5-S-T nicht spielen kann. Ah! Sorry. Oh, das. Oh. Yes, er. Heaven assistiert. No. Got a lot of people on them. Right. We said no. The tactics of us. So, where should we go? I don't know. I don't know. I don't know. Okay, we'll get through the ult, let's go. I feel like I'm out of here. Oh, that's rough. I feel like this. I feel like that's rough. I feel like this. Also ob wir dich betrayed haben, Alter! What the f***? Why are you betraying me, man? Only has 10 HP Ramp. Maybe it has. Der kommt bei mir. Ich will sehen, dass wir das noch. Halt es auf! Das war ein 2 in 1! What the actual f***, man? Den hättest du holen müssen. Wem hast du eigentlich so viel Damage gedrückt? Ähm... Ähm... Ich kann gar nicht im Chat schreiben, Alter. Was sollst du den reinkommen, du Vogel? Okay, das war hier der Falsche, indem ich die Smoke ins Gesicht beschmissen hab. Ach, wir sind da und machen... ...daten Smoke keine reißen damit. Oh, mein F***! Ich hab mir was zu essen. Oh, ich... ...dannier. Ich hab mich keine Räume entstanden für euch. Ich hab mich nicht filmiert. Ich hab mich nicht filmiert. Ich hab mich nicht gelesen. Ja, ich hab mich nicht filmiert. Ach, wir sind auf die Säge. Ich hab mich nicht verändert. Was ist denn der Revolver für dich, wenn du bock hast? Oh, Ehre. Ah ja, gekauft. Unehre. Ah, ich hätte keine Ahnung. Ich hätte ihn kaufen müssen. Oh, fuck you. I'm throwing a grenade. Oh, fuck you. Oh. Rem. I'm going to the point. I'm going to the point. Warum kann ich nicht im Eiche schreiben? Eigentlich schreibt man doch mit Y im Eiche, oder? Keine Ahnung, ich hab Kastensteuerung. Äh, ja, Tatsuch. Was? Kann aber vielleicht an amerikanischen Tatsatur liegen. Was? Stattdessen ein Z drücken muss. Das wird ja so umgekehrt. Oh. Eigentlich ist das nicht wieder zurück mit Schiff. Äh, alt oder so? Hm. Schiff. Schiff. Ah. Muff. 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 Okay, Reganon Er rennt durch, denkt sich so Auto, gönne ich mir nicht, okay Outside A? Yeah, outside A Das ist eine sehr interessante Strategie Er ist nur Alpharsüchtig Oh Stairs to be Conquer Er ist nur Alpharsüchtig 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 Scheinbar Oh my fucking God Blhu Hedged in 3n 2n1 3, 2, 1 Was für Hara ihr los? Das hat viel zu lange gedauert Er versucht ja nicht auf Strategie weißt du aber Äh Einfach nur mal Ich wusste das direkt recht im Weg Bitte Skullf will go ahead I have just late 8 HP Bei dem Schritt ist es wichtig sich selbst zu flaschen Blast of the f***ing bomb rap Weil sich Blau die Lila die gegönnt hat Da wird einer sitzen mit einem M4 Bei dem Decke? Naja aber bei der Bombe Die wahrscheinlich unten ist Da vorne vor dir! Da war doch ein Lauf zu sehen Da war doch ein Lauf zu sehen Ich habe das Gefühl wir könnten noch gewinnen Oder vielleicht will ich mir das auch einfach nur ein Weil ich hoffen kann Jetzt holst du die 7 Jodas zu gehen Okay, every clip, every runde vor dem Ja genau Kannst du das nicht Das war's Was aber jetzt schon Was ist mir passiert Beppo! Don't lose your bomb, come on! Oh! Ja, schott! Line for money! Bombs have been planted. I know that one can be planted there. Yeah, I'm back again. The point is that they have the small room out of the nuke. Bombs have been defused. Counter-terrorists win! Let's go! This is this! We killed them! That's how we perform! We killed them! That's how we perform! Einfach! Einfach! Nöch! Ich habe die Bombe Throw in the flashbank Anger Average low You don't have the bomb Er sucht sich gerade einen Weg um von hinten zu kommen Okay 20 seconds Yes, garbage Yes garbage Und aber von hinten 3, 2, 1 Nicht Das ist das Jungen, chill doch mal in der Balls Ich glaube, wir können gegen den Harden-Telver Das ist eine gewinnige Tinker Jungen, wir können hier aus den Kasten Von der Kasten und nach Von der Kasten Von der Kasten Auf geht's Nein, ich gehe auf Auf geht's Auf geht's Auf geht's Oh I'm planting the bomb Is there one? Okay Nice timeplay I believe we have three snipers Yes One is in my team structure Let's do it Let's do it Two guys in the carriage No one heads to the bomb Hello man From Southside Because no one comes to the bomb Garish Hangar I say ungern in English Hangar But it's not a garage It's fucking cool Hangar It's a very small arm Hello Gandalf It looks like we're packing the bomb No, I don't know Why is that such a bad arm What? 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 But that's not from oil It's off It looks like ugly What is that? What is that? What is that? What is that? He'll show me the whole thing I can't hide Do you know where the noodle salad is? There's a whole pack I've eaten The whole pack Last week Last week What? Oh, I've eaten You're a little bit You're a little bit To the break What? What? I gave you the whole thing You're scared Was ist denn das? Hör auf, Manns! Let's go, let's go! Lass es doch mal! Jetzt hör auf, Karim! Mann, hör auf! Lass es, Karim, Mann, jetzt ohne Hits Ace clear WTF, Mann? Just come with us, don't go alone! Arro, Krampus, nicht im Ernst Krampus in Arro, bekehrt Sehr fähig Okay, das ist zu viel Wird wahrscheinlich Heaven kommen Lass es, blau da rum Lente! Das ist blau Das ist ne Awe, sehr vorsichtig Ach, boah, Awe? Okay Oh, direkt in Arm Oh, der wollte doch nicht Rampe gehen 1 4-11 Riechlein 4-2000 Ah, du hast sie gedroppt, auch noch Perl Was ist denn der Asch? Uah! Danke! Holger ist unser Roof. Check in! Hamburg Party! Nice! Oh! Also, ob der drauf war. Was ist denn der Penis? Was ist denn der Pfad der Sieger, Alter? Rap is my city, bro! Was? My mom is my bitch, man. Oof. Let's move out. Me too. They're down to two. Die Five-Seven-Farmers-Jukes sind real, Junge! Junge! Die Five-Seven-Farmers-Jukes sind real, Junge! Das Bullying heißt das ja. Ich wusste nicht, wie mein Bullying-Kar schreibt. Ich bin Färm. Die Four-Seven-Farmers-Jukes ist real. Ich bin Färm. Das Bullying-Farmers-Jukes-Jukes sind real. Ich bin Färm. Ich glaube, es ist ein secret, dass sie ist, sie ist der erste, oder? Sie sind hier wieder Und links von dir ist auch einer Die haben umgeplantet, LOL! Die haben umgeplantet Insane Ey, wtf, wie? Wow! Ich dachte, der Typ hat unten die Bombe gehabt Tja, scheinbar nicht It looked like he had the bomb, man, fuck the guy Tom, der hat the bomb Nja, läuft Lauf Back I'm sorry Alles gut Oh, Ehre! Alles der bot, ne? Also wenigstens eine ordentliche Waffe für den bot vielleicht So, wenn man den übernimmt 100 Wir haben hier, let's go Was ist das? 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 Oh Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wer ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Mann, der wird mein ABP! Knot 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 You good about it, I'll kill you man Okay, I'll set it Huh, bitch I got all burned Das Traction ist real. Wo ist der letzte? Hier ist es immer besser. Secrets. Unten oder oben? Oben. Die Arme. Oh, die Arme. Der ist... Ey, Alter, wie das ist auch wie die Arme da, Leute. Gehen die noch. Geht sich die auch noch? Hä? Oh, ne Zeus, Alter, geht auch irgendwann. Ja, okay. Jetzt daraus gibt's zwei Gründe. Erstens, es waren euch alle warm. Zweitens, das ist ein etwas CT-seitige Map. Drittens, hat Walrus die ganze Patron. Walrus hat heute die beiden auch scheiße. Ey, ja. Jetzt hab ich auf A schon geblendet haben und es ist okay. Ist es A? Nein? Nein, okay. Das ist zu viel. Oh mein Gott, dreckiger. Ah, der letzte! Was ist denn? Was ist da absinnt? Was? Du hast es aufgehört aus zwischendurch? Ja, weil ich dachte der Grüne kommt, Alter. Was zur Hölle war der gegnerische Grüne, Alter? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Bot rennt immer nach B. »» Wofür auch. »» »» »» »» »» »» »» » » » Oh! Fuck you! Sorry. Calma. Versuchen die jetzt ständig durch die Gerater reinzukommen? In ernst? Your Ops, trash, mein Zelda. Hahaha. Look when you're sick, huh? Ja. The Jake. Der stand die ganze Zeit da auf keinem spawnen, wow. Da haben sie nicht. Doch, der eine, der Grüne. Nein! Der Grüne! Der der Freund nicht gekommen ist. Und der hätte darauf gewartet, dass er nicht vorbei rennt. Schwierig. Wie hat sich denn Walrus denn bitte über mich geschlichen? Der hatte einen kleinen Penis, so. Ah, die ganzen MVP's und Defusers, ja ok. Ah, kann er mit dem Land fangen. Der hat einen kleinen Penis. Gau, gau, gau. Kann er voll was mit dem Land fangen. Wir sind 4 gegen 5, Alter. Verkacken. Oh, das war ja übel, das Comeback war. Und ich freue mich noch 12-2. Nein. Nein, aber dann eben. Fuck. W**K. F**K. F**K. Ich bin jetzt hier. Will ich's wissen? Will ich's wissen? Ah, okay Okay, jetzt müssen die schweren Geschütze aufgefahren werden, mir egal Die Reppe betritt jetzt keiner mehr Habt ihr verloren? Ja Unehre Ja Leider safe gegangen? Geht Aber so Jaaa Blau hat sich seine Art und es hilft Kennst du ihn ja 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 Doby Es ist mir Wie sind die eigentlich da unten hingekommen? Wahrscheinlich durch, durch, durch... Scheiße, wenn... Nein, nicht durch, weil jetzt haben wir ja nicht mehr Geld hinein. In die Outset sich gut, oder was? Ja. Ramp, three of them. Nein, Waldo, so gut. Das ist noch nicht mehr. Ach, die Bombe? Nein. Ach, nein. Ungeist, Bench. Oh, fuck. Da kommen jetzt beide die entgegen. Ne, die genau. Oh, da auch nicht. Auf die, ey. Oh, bleib da. Bleib da! Timeline. Hat ich da unten gerade irgendwo? Nicht so viel bewegen. Oh, fuck, I'm so sorry. Könnte das sogar Linksheber sein, richtig. Es hat sich angeht wie eine SSG. Nee. Nee? Nee? No. Ey, fuck, ich hab dich geklappt. Ah! I was, eh, just wasn't sure, if he was shot or, eh. Let's go, let's go. Wir müssen einfach stehen bleiben müssen, wenn sich jetzt die Autobahn nicht ankommen. Dann haben wir mich genau genommen. Wir müssen hier rauskommen. Ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, ey. Ohhhhh! Uuuuuh! Auf Ehre! Alter, ich hätte gerade eine Post weggezogen. Uuuuuh! Legend, man! Ich komme mir auch noch mein Lieblingsspiel zurück. Ota Astor! Ich weiß nicht. Kiddos confirmed! Was? Kiddos? Alter, was ist hier? Okay, die gehen drüber wieder. Ota Astor! Ota Astor! Ota Astor! Ota Astor! Ota Astor! Ota Astor! Easy! Haben wir die Runde abgeworfen? Ja Sneaky Peaky kleines Arschloch von hinten Ich gerne Das weiß ich warum ich mich auch immer vom Team upseute Und mich einfach konsequent zu verarschen Ah fuck it alter One in Ramp Ich glaube sie ist Oh Nein Ich glaube sie ist Ich glaube sie ist Nein Die Tür Ja, ich bin nicht allein. Alleine. Tschüss. Lass dich doch nicht untalken. Die hat er nicht verdient. Horizon? Die Horizon ist wert? Nee, meine ich nicht. Ja, ich meine ja. Die Horizon ist wertig. 5 Cent oder so. Im Gegensatz zu Prisma Kiste ist die Horizon nichts wert. Ja, Horizon ist nichts wert. Prisma ist aber auch die neueste Kiste. Die ist noch bei 52 Cent oder so. Die gönnt sich richtig. Die ist ja schon etwas länger als Haus. Also ist jetzt etwas länger, aber die ist schon im ersten Monat auf jeden Fall aus. Noch länger. Ja. Mhm. Kommt dann nur wie ein Monat vor ist, aber schon weit das länger. Ja. Ja, ich hab zu der Zeit nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie lange ist das. Ich glaub nur noch Geisel übrig, lol. Was? Was ist denn sonst noch ein Spiel los? Also ich würde, glaube ich, ganz gerne meine Tesco-Pause machen kein Spiel. Ich hätte Rocket League? Ich hätte... Oh komm, wir schocken ein bisschen in Rocket League. Okay. Trotzdem geht's erstmal mit einer herben Enttäuschung in diese Transition zu Rocket League. Nichts nehmen die und das ist herum einplan abgerlich. Achations youll. Vielen Dank.